meine damen und herren herzlich willkommen zu einem neuen video zusammen mit dem tanzbär wir spielen heute eine neue runde beziehungsweise eine weitere minecraft skywalker siehst du das wenn ich diesen mode macht das ist dann meine klappe ist das ist die letzte folge mit dem hashtag lockdown unterhaltung ich habe es jetzt drei wochen beziehungsweise zwei wochen und sechs tage geschafft neun streams und elf videos mit diesen dann insgesamt zwölf videos zu machen was ein neuer rekord für mich ist weil ich habe das schon auch wo wir täglich videos zu machen und habe es dieses mal endlich geschafft euch täglich eine unterhaltung zu bringen hoffe es hat euch gefallen mit dem hashtag lockdown wenn ja last auf alle fälle beim trailer als auch bei den anderen videos ein leichter und abonniert mich kostenlos falls ihr das noch nicht getan habt wir gehen in die runde und da wären wir in runde 1 in du modus mit dem kürbis 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 halbieren barten 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 ab hier darum unten schon alles wieder und wegnimmt kriegst es ich habe gar nichts ich habe alles wir haben hier hast du ein paar sachen für mich zum beispiel eisenschwer? nein schwert und schuhe habe ich und einen helm aber ich brauche eine hose und eine brust ich habe keine brust die ist die runde kacke ne? ich finde hier keine brust keine brust keine brüste oh hier ist ein smarag oh ein schaffer 1 schwert ich habe ein schaffer 2 schwert irgendwie bekommen brauchst du ein schaffer 1? ne das ist ein 4 schwert und er fällt hinunter war das dann mit absicht? nein 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 den einen habe ich jetzt schatt ja den einen habe ich mit dir geholt ich bin so krass ich bin so krass der tanz wer kann es bestätigen wir zwei planen gerade für weihnachten unfassbares oder? also dafür 6 stunden äh 12 stunden wir haben eine überraschung für euch vorbereitet welches spiel das sagen wir nicht wir sagen hast du eine hose? äh ne eine hose was war das? äh dieahelm hab ich auch ich bin voll dieahel geil 10 minuten braue sich für dich abtanzbär ja ich baue ja mach mal mensch ja 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 ich habe r� thirst so eine geile wende wir waren so viel besser und der tübel schubst mich einfach auf die im boden und ich renne dann noch weiter und flieg deshalb runter weil ich nicht gewusst hatte dass ich schön am boden fliegen habe nachdem ich mir das video kurz angekommen dass ich die runden dazwischen nicht weggeschnitten da habe ich ja genau wie jetzt wenn diese vorne die brust habe ich hab halt nicht wenn ich habe doch nie was aber ich wollte gerade einmal ein block gegen das doch eigentlich dass wenn kann ich jetzt mal was neues und nicht immer nur die händler nehmen hier hier sind drin ist hier schwer und die ich habe da aber ein schäfer zwei ihr spiegel schmecken ja weil du hast gesundheit krank hat ich habe glück ich habe 1 3 4 mal so lass uns hier drauf krankheit so dann können wir hier einmal rüber zu ich brauche nur ne ah hier ist noch ne dir brauchst du ne dir brust ich habe nämlich ja hast du dir schwer ne ich hab eins hier es reicht jetzt geht und ja weder ich will der da immer auf riss warum ich springe denn hier rüber weil sonst fliege ich runter ach sonst immer darf zu mir sagen dass ich dann ja stimmt ja so ich baue nambo da du ey wir haben vorher schon was gespielt und das und wir da ich baue das ab was machst du das habe ich hier platziert abyss so ein muluk mit bauern auch dazu ich hab schneewelle ich habe ihn nicht und erstens hochbauen das war knapp wo dem idioten der schneewelle er hat er sich schon unten oh ja bauen wir uns trotzdem hoch obwohl dir schmeckt ich bin auch wohl dir ne ne ich bau ne dir ruhig Dien ich bin hier ich hab pfeile aber keine blöcke von diesem pfeil ey ist heute der pfeile tag auf der Hei Ich, ich brauche, falle ich am Bogen? Jetzt kriege ich. Boah, Blöcke. Und dann fliegt er mir runter. Bambu, da, du. Warte, kannst du den Typen von der Ferne da abschießen, den blauen da? Nee, warte, warte. Ey, hörst du dich? Wenn du's könntest, kommt der nix. AAAAAAAA! Jetzt hab ich... Ich überbrenne ihn. Ich bin tot. Den Herzen hatte deine... Neun Herzen. Wahrscheinlich. Ja, beide waren älker. So, back to hub und dringend. Und... Und back to hub? Ja, weil das älker worden war. Oh, da hat er das älker da. Oh, da hat er das älker da. Der hat die, der hat die, der hat die Klub, der hat die Klub. Hallo? Na? Es geht. Mali, Bob. Der Bob. Na? Warum hängt mich jeder... Warum bringt dich jeder um? Weil du ein Bob isst. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh. Du hast gar keine Griff, du Müll. Oh, ich hab noch geschafft, du Müll. Ich hab aber einen Helm und ein Schärfer 1 Schwerst. Wow, du hast eine bessere Schwerst. Also, ich hab so viel abgebaut. Und dann krieg ich nur Müll. Also, dich. Hin. Ich bin nie froh. Oh. Oh, Päusenbox. Flambo, Tado. Wo bist du? Heinz, sagst du eigentlich komplett blind. Sag dir mal was. Mach. Das war's mit dir. Manno, ich wollt's... Warum kommst du auch nicht? Ja, das ist... Ich wollt den Runde schützen. Ich wollt. Ich wollt viel. Aber jetzt geht's in die letzte Runde. Juhu. So, letzte Runde. Juhu. Mit dem Kübel. Geil. Ha. Meine. Wir sind fest. Nein. Nein. Spreng, 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 spreng. Warte. Ne. Warte. Geh auf die andere Seite. Warte. Boah. Mann, ich hätte hier ein Loch. Doch. Ich hab ne Bierburg. Ich hab von dir gar nichts bekommen. Was krieg ich von dir zu Weihnachten? Schlagene Fresse. Das wird ein Phänomen, Alter. Da hab ich aber richtig dran. Der gönne ich. Der gönne ich. Da bin ich mir... Da schenk ich dir gerne... Oh mein Gott, das ist so ne kranke Insel hier. Hier sind fünf Dias und fünf Maräfte oder so. Hier sind fünf Flutscher und... Und du. Es wird... Es wird... Es gibt fünf Mülle und fünf... Äh... Es gibt fünf Mülle und fünf... Äh... Äh... Fünf Müll? Uh... Fünf Müll? Hast du ein Scherfall? Huh? Bist du tot? Nein. Ich? Ich? Aber... Ja, moin. Ein Full-Dia-Typ. Was sind das für Hacker? Ach. Ja, aber ohne mit... Wie können beide Full-Dia sein? Egal. Noch eine Runde. Hätte überschnitten. Ah, no! Aber jetzt die letzte Runde, egal was passiert. So. Oh Mann! Und was mir grad wieder eingefangen ist... Ich bin halt bis... Also jetzt in den nächsten Tagen... Da ich ja jetzt nicht mehr täglich ein Video hochladen muss... Werde ich mal wieder ein paar Projekte fertig vorbereiten. Unter anderem dieses Weihnachts-Special... Und... Ich werd aber auch... Ein Minecraft-Castle-Stream-Best-Of machen... Weil... Das sehr gut bei euch ankam... Und es und mir noch immer Spaß macht... Und wir haben jetzt die letzten Tage nicht gestreamt, weil wir nicht da waren... Und... Oder... Ne... Jetzt geht's ab... Und... Deshalb gibt's da noch so ein Best... Äh... Oh, da hab ich... Äh... Jetzt alles vorbereitet und da werde ich halt jetzt die nächsten Tage... Oh, ich hab Leben! Ich hab Nemo! Ich hab Nemo! Ich hab Nemo! Ich hab Nachwelt-Nemo! Oh! Guck Alter, dein Nemo! Ja... Was hast du denn für ne Grif? Ja... Ich hab Nemo! Guck Alter! Ja... Dann hab ich einen Baum bekommen... Weil du ein Baum bist... Oh! Dann hab ich jetzt einen Topf... Ja... Ja... Weil ich da was aufgebaut hab... Idiot! Selber! So... Speedrun! Wie hies's? Alter, was hast du denn gerade? Das gibt's nicht, ne? Das gibt's nicht, ne? Ich mach dir den Weg, okay? Nee, warte! Nee, nee, nee! Warte! Hier was! Er kommt eh schon! Moin! Morgen! 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 Dann würde ich sagen... Wasser! So... Back to her! So, das war's mit der letzten Folge vom Hashtag Lockdown-Unterhaltung! Seid auf alle Fälle gespannt! Es wird nochmal so ein tägliches Folgen-Event geben! Von welchem Spiel, das verraten wir aber diesmal! Nicht, wer meines Films guckt, weiß es aber! Ich werde es hier jetzt nicht unbedingt erwähnen! Aber trotzdem, das war's mit diesem Video! Habt euch alle noch einen traumhaften Tag! Und wir sehen uns in der nächsten Folge! Ciao, ciao! Tschüss!